Die Digitalisierung ist von unfassbarer Bedeutung für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Wenn wir morgens aufwachen, ist bereits unser Leben vollständig digital erweitert. Wir öffnen unser Smartphone und informieren uns, was in der Welt passiert ist. Jetzt kriegen wir nicht alles angezeigt, sondern nur das, was uns tatsächlich interessieren könnte. Eine künstliche Intelligenz entscheidet, was wir sehen oder was wir hören. Wenn wir in den Urlaub fahren, holen wir unsere Familie direkt an den Eiffelturm, indem wir mit ihnen Videotelefonen. Der Kurs ist daher auch in zwei Teile aufgebracht. Der erste Teil dieses Kurses beschäftigt sich maßgeblich mit dem Thema Entrepreneurial Mindset. Unternehmerisches Denken und Handeln, was ist das eigentlich? Im zweiten Teil des Kurses geht es maßgeblich um digitale Technologien. Und wir werden darlegen, wie digitale Technologien unternehmerisches Denken und Handeln verändert und auch unternehmerisches Denken und Handeln Technologien mitformt. Unternehmerisches Denken und Handeln Ich bin jetzt bei jemandem Unternehmer Después